Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Matthias, ich bin der Master Trainer für Heart Candy Fitness, Madonnas weltweite Fitnessstudio Kette. Wir haben eine Choreografie ausgesucht aus dem Addicted to Sweat Cardio Dance Programm, das Nicole Winhofer, ihre Personal Trainerin für sie, für ihre Trainings entwickelt hat, die wir jetzt gemeinsam trainieren und für das Warm Up für den diesjährigen 31. Avon Frauenlauf am 10. Mai in Berlin. Ich wünsche euch viel Spaß. Salsa Hustle, erste Sektion. Rechtsbein beginn rückwärts. 5, 6, 7, and 1, 2, 3, and 4. 5, 6, 7, and 1, 2, 3, and 4. 5, 6, 5, 6, chup, 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 6, 7, and open, open, chup, chup, und rechte Bein und vor, 5, 6, 7, and open, open, chup, 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 left, right, chup, chup, die Hüften, up, up, chup, 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 out, out, chup, 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 Travel, rechts und links, go, change, go, change, up, and 1, 5, 6, 7, and 1, and 2, and 3, and 4, 5, hip, 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 to the left, and 1, 2, and 3, and 4, 5, 6, circle around, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, here, 3, and 1, and 2, and 3, and 4, and 5, and 6, and 7, and 8, higharm, and 1, and 2, and 4, and 5, and 6, and 7, and 8, good job, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.